Alter, jetzt macht halt irgendwas. Wird hergestellt. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, okay, wir müssen, wir machen das nochmal, ähm, wir müssen hinten rumfliegen. Ja, das ist, also sowas ist halt scheiße, ne? Deswegen hasse ich jetzt, der Gegner hat Artillerie und kann über die ganze Map schießen und bam, nächster Einheit kaputt. Aber ich kann nichts dagegen tun. Oh, er steht hier hinten und er greift auf andere Gebäude an. Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Gar nichts kann ich da tun. Ich kann die halt nicht über Wasser fliegen lassen. Das ist voll, also nicht mit Zier. So, jetzt. Alles klar. Schon unterwegs. Alles klar. Verstappen. Verstappen. Alles klar. Ich werde mehr brauchen. Wird hergestellt. Einheit verloren. Ja, bitte schon unterwegs. Einheit verloren. Neue Baumöglichkeiten. Einheit verloren. Oh, Alter, als ob. Der Mann, der Anwalt, wird ausgeführt. Gucki Gebäude, ne? Und das, was ihr mit der Einheit in Ruhe lasst. Einheit verloren. Einheit verloren. Wir machen das nochmals. Ja, bitte? Ja, ihr? Ja, Sir. In Ordnung, Sir. Verstanden. Wird hergestellt. Zu wenig Geld. Cyborg, dummer, schade ich jetzt. Diese Scheiße hasse ich. Erwarte Anweisung. Schon unterwegs. Verstappen. Werden ausgeführt. Wenn die nicht ein bisschen in Luft stehen bleiben würden. Einheitsbereit. Sehr, sehr nice. Einheit verloren. Alles klar. Einheit bereit. Ich verliere Servoöl. So gut wie erledigt. Einheit bereit. Einheit verloren. In Ordnung, Sir. So gut wie erledigt. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Wird gebaut. Sammler wird angegriffen. Einheit verloren. Warum fliegt ihr denn nicht mehr? Aaaaaah. Alles klar. Der Wandel. Alles klar. Sammler wird angegriffen. Gebäude verkauft. Einheit verloren. Einheit verloren. Sammler wird angegriffen. Wird hergestellt. Immerhin kann ich jetzt schon direkt überfliegen. Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. Wie ist denn überhaupt gelandet? Aber egal. Ah, Tunnel. Ah, ne. Okay, stopp. Wir gehen zurück. Einheit verloren. Alles klar. Einheit bereit. Einheit verloren. Wird hergestellt. Einheit bereit. Motor an. Zu wenig Geld. Einheit bereit. Motor an. Die Flammenpanzer. Ja, hier. Öff. Erledigt. Und. Kass. 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 Entfernung. Ja. Kass. 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 Fokus auf einen. 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 In Ordnung, Sir. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. Schon unterwegs. Ja, bitte. Schon unterwegs. Erwarte Anweisung. Sir. Und Gas. In Ordnung, Sir. Verstanden. Ja, bitte. Alles klar. Einheit bereit. Ja, ihr. Ja. In Ordnung, Sir. Schon unterwegs. Verstanden. Wird ausgeführt. Muss irgendwie das Gebäude hier kaputt bekommen. Einheit bereit. Ah, muss drei Raketen zerschönen. Das habe ich mir komplett nicht umgelesen. In Ordnung, Sir. Einheit bereit. Ja, bitte. Alles klar. Ich verließe Servohüllen, Sir. Kein Problem. Ja, bitte. Wir warte Anweisung. Ich verließe Servohüllen. Ja, bitte. Alles klar. Sammler wird angegriffen. Alles klar. Einheit bereit, Sir. So, wenn die jetzt drüben rüber U geben, wäre das super. Perfekt. So, ähm, Second Evil ist... Ah, da unten. Ah, eine Luftverteidigung. Zwei. Der hat aber in der Landung geschrieben, dass man einfach reinfliegen soll. Einheit bereit. Einheit bereit. Sollte die erst. Äh, Notbasis im Westen verlinken. Wir brauchen viele Kleidjäger. Einheit bereit. Ich weiß nicht, weil die unheimlich nervt. Ne, ich muss ja nur die wichtigen Gebäude kaputt machen, dass sie nicht groß nervt. So. Ähm, ich baue mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube, ja. Wird gebaut. Ja, jetzt hätte ich den drum. Einheit bereit. Wird hergestellt. Cyborg zur Stelle. Verstanden. Erwarte Anweisung. Schon unterwegs. Cyborg zur Stelle. Schon unterwegs. Wird hergestellt. Ich mach dir langsam alle Gebäude kaputt, aber es ist völlig okay. Zu wenig Geld. Der war ja ganz in den Raketentruppchen schickt hier runter. Ja, da rein. Und hier ist es, wo Fahrzeug rauskommt. Ich muss das hier unten kaputt machen. Einheit bereit. Cyborg zur Stelle. Ich specher nochmal ganz kurz.